Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir haben Freitag, den 15.11.2013, 19.12 Uhr ganz genau. Wir blicken auf eine durchaus bullische Aktienwoche zurück. Die Aktienindizes, sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Indizes, konnten hier neue Hochs markieren und sahen deutlich bullisch aus. Und so scheint es zumindest, können wir das Niveau auch bis zum Wochenschlusskurs halten. Gold ist hingegen der große Verlierer, kann sich allerdings ein wenig stabilisieren. Wir sehen hier auf dem Wochenchart eine schöne Umkehrkerze. Die ist noch nicht viel wert, weil A ist sie noch nicht bestätigt und B ist der Chart weiterhin angeschlagen. Und damit lassen Sie uns konkret in die Chartanalyse einsteigen. Nächste Woche wird hier die Marke von 1250 US-Dollar pro Feinunze im Fokus stehen. Sollte es unter 1250 US-Dollar gehen, dann können wir hier mit Kursen rechnen unter 1208 oder sogar 1185 US-Dollar in diesem Bereich hier unten. Ansonsten kann er sich eventuell stabilisieren. Nennenswert bullische Impulse erwarten wir hier erst über diesem kurzen lokalen Hoch. Das ist dieses, meine ich, hier im Bereich von 1330 US-Dollar. Wenn es darüber geht, hätten wir dann Potenzial bis in den Bereich der Tages-Era 200. Hier ungefähr liegt bei 1400 US-Dollar. Eventuell noch das letzte Hoch hier mit einbezogen. Aber das, wie gesagt, ist ein Zukunftsszenario, das erst eintritt, wenn wir hier wirklich über diese abfallende Trendlinie steigen können. Ansonsten ist Gold momentan hier mehr oder weniger bärisch, Volatilitätsarm hier eingekeilt zwischen diesen beiden Marken. WTI hat sich wenig verändert, da bleiben wir dabei, dass ich hier abwarten als die sinnvollere Strategie herausstellen sollte, weil aktuell ist der Seitwärts konsolidiert hier so an der 94er-Marke, also 94 US-Dollar pro Barrel WTI. Gut unterstützt bei 92, eventuell ein interessanter Durchbruch durch die 96er-Marke. Ansonsten ist das Ding nicht wirklich interessant. Britisch Fund, US-Dollar, kommen wir auf den zu sprechen. Wir hatten hier diese Widerstandszone markiert. Und das scheint da nicht rüber zu kommen. Aktuell, wie gesagt, ist er noch sehr gut unterstützt durch diesen Trendlinienbruch hier, durch diesen abwärts verlaufenden Trendlinienbruch. Allerdings auch begrenzt durch die 161,30er-Marke, kommt nicht wirklich durch. Übergeordnet auf dem Tageschart sehen wir hier mehr oder weniger eine seitwärts, eine größere Seitwärtsbewegung, die sich zunehmend zu einer leicht bullischen Flagge eventuell generieren oder formieren könnte. Das wäre dann hier in dem Bereich, aber selbst wenn man das als bullische Flagge interpretieren könnte, wäre es wahrscheinlich nicht sinnvoll, direkt gegen diese letzten Hochs anzutraden. Das muss auch gar nicht sein. Ich werde das im Britisch Fund, Japanisch Yen noch erklären. Da hatten wir eine ähnliche Situation. Also nennenswert bullisch sollte es erst über 1,62, 62 US-Dollar werden. Und da sind wir aktuell noch ein Stückchen entfernt. Das sind 140 Pips. Gut, aber für die nächste Woche ist das durchaus ein Setup, das interessant sein könnte. Ebenfalls wie der US-Dollar, Schweizer Franken. Wir hatten hier eine Long Order drin, die wurde nicht getriggert. Wir konsolidierten hier 60 Pips nach unten und es scheint so, als ob die Konsolidierungssituation sich fortsetzt. Aktuell scheint er noch gut unterstützt. Wir hatten hier eine schöne Bodenbildung und jetzt wird es natürlich interessant, wenn wir hier diesen kurzen untergeordneten Trend aufwärts verlaufend brechen könnten. Das passiert dann über 0,92, der psychologischen 0,92er-Marke, die hier interessant sein könnte. Gleiches gilt für den US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Auch da hatten wir darauf hingewiesen. Konsolidiert und ein Ausbruch-Setup würden wir hier gerne traden, wenn es denn käme. Tja, ist nicht gekommen. Damit bleibt es weiterhin bestehen für die nächste Woche. Schadet nicht. Ich meine, abwartende Haltungen kosten kein Geld. Im Zweifelsfall verdient man auch kein Geld, aber man verliert auch kein Geld. Long-Einstiege im Bereich von 1,0340 oder eben bei dem Tagesschlusskurs über der 1,05er-Marke sollen hier maßgeblich zu steigenden Kursen führen. Die Hauptaktivität war in den Yen-Paaren. Der Yen ist massiv eingeknickt und ein Setup für die nächste Woche sehen wir hier. Ganz interessant, dieser Pullback, auf den wir ja hingewiesen hatten, hat sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings von der Bewegung von den 400 Punkten haben wir natürlich nicht 400 mitgenommen, sondern sind hier schon etwas zu früh ausgestiegen. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber nichtsdestotrotz, der Trade hat funktioniert. Ebenfalls wieder britisch-fundjapanisch-Yen-Trade werden wir gleich noch besprechen. Für die nächste Woche, wenn wir hier neue Hochs markieren sollten, könnte das konkret über 135,60 japanischen Yen pro Euro hier zu bullischen Impulsen führen. Das gleiche gilt auch für den Schweizer Franken-Japanisch-Yen. Er drückt hier nach oben und konkret ist das hier über der 110er-Marke, psychologisches Level als auch neues Ausbruchslevel über alte Hochs. 110 japanische Yen pro Schweizer Franken, da hat er dann Platz nach oben konsolidiert, aktuell seitwärts zwischen 176 und 165. Die 165, die würde ich einfach aufrunden auf 110, da hat man noch so gesehen, die psychologische Marke drinne und das schadet grundsätzlich nicht. Wie so ein Ausbruch dann letztendlich ausschauen kann, das sehen wir hier im britischen Fund gegen den japanischen Yen. Wir hatten darauf hingewiesen, dass wenn er hier die letzten Hochs-Trigger hat, es zu einer schönen bullischen Ausbruchsbewegung kommen kann. 170 Pips, mittlerweile ist er gestiegen. Auch hier sagen wir jetzt, okay, Gewinne schadet es, oder es schadet nicht, die Gewinne mitzunehmen. Bei einem Pullback kann man versuchen, immer noch hier unten einzukaufen. Alles in allem bieten ja auch noch Euro-Yen und Schweizer Franken-Yen weitere Einstiegsmöglichkeiten, so dass wir auch jetzt hier sagen, wir kappen die Prognose und sagen, er kann zwar noch weiter steigen, aber eine Gewinnsicherung schadet hier grundsätzlich nicht. Und wie gesagt, bei einem Pullback kann man einsteigen oder eben, wenn Euro-Yen oder Schweizer Franken-Yen bullisch ausbrechen, gibt es da auch immer noch Ausbruch-Setups, die interessant sind. Australisch-Stoller, Neuseeländisch-Stoller. Der Australisch-Stoller ist extrem schwach. Der drückt hier, schließt fast schon am Tagesschlusskurs hier knapp an der Unterstützung. Wenn wir hier die Unterstützung brechen, könnte das einer der Trades für die nächsten Wochen sein und auch für die nächsten Tage natürlich, abgesehen von morgen und übermorgen, weil das Samstag, Sonntag war. Abgesehen davon könnte das ein sehr, sehr interessanter Trade eben für die nächste Perioden hier werden. Im S&P 500 haben wir ja unsere Prognose, oder wir haben die Prognose abhängig, unsere Aktienmarktprognose abhängig gemacht vom S&P, vom Marktbreiten S&P 500, hier vom Standard & Poor's. Und ja, er bleibt weiterhin über 1781 Punkte. Das Pullback hat hier sehr, sehr schön funktioniert. Ich meine, gut, 15 Punkte ist nicht die Welt, aber es hat zumindest hier zu einem, ja, fehlerlosen Ausbruch geführt, inklusive Pullback. Da kann man letztendlich nicht meckern. Nächste Woche ist hier möglicherweise ein Pullback nochmal denkbar, muss nicht kommen und von da an hat er eigentlich die Möglichkeit, weiter anzusteigen. Was den DAX anbelangt, hatten wir eine Prognose, die sah wie folgt aus. Anstieg bis in den Bereich von 9200 Punkte, wir sind dann hier gedreht, und dann Pullback auf das 78,6er Retracement. Sieht man im Prinzip hier, dass es eigentlich mustergültig gelaufen ist. Also die 35 Punkte, wenn man sie ideal getradet hätte, hätte man durchaus mitnehmen können. Der Korrektur-Trade, ob man den gemacht hätte gegen den starken DAX, ist so eine Geschichte. Aber alles in allem muss man sagen, dass dieser Prognose gut funktioniert hat. Jetzt ist er gut unterstützt, 78,6er Retracement, schönes Ausbruchsniveau. Ausgehend davon, wenn er sich halten kann, sollte er nochmal die 9200er testen. Und dann über der 9200er ist dann Platz nach oben in diesem Bereich. Short wird es erst dann, jetzt sehen Sie den großen Short-Pfeil, wenn es hier unter die Marke von 8960 Punkten geht. Aktuell nicht zu erwarten. Und wenn es dann getriggert wird, kann man immer noch shorten. Aber in so einem starken Markt Short-Positionen aufzubauen, das ist schlichtweg einfach zu gefährlich. Das heißt, wir erwarten jetzt eigentlich, um die Prognose ein bisschen aktueller zu machen, hier steigende Kurse, dann die 9200 und über der 9200 könnte sich bullisches Potenzial weiterhin entfalten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin sage ich, good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.